Sparda Bank Wir schauen den Allgäu-TV-Wochenrückblick. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. In der nächsten Stunde haben wir wieder alles für Sie zusammengefasst, was in der vergangenen Woche wichtig war. Abenteuer kann man im Allgäu ja wirklich viele erleben. Zum Beispiel Gipfel erklimmen, Skifahren, Segeln, Motocrossfahren und vieles, vieles mehr. Doch das ist wirklich nichts im Vergleich zu dem, worauf sich 210 Abenteurer in den kommenden Wochen einlassen, nämlich auf die Allgäu-Orient-Rallye. Eines der letzten automobilen Abenteuer. So nennen die Veranstalter die Rallye auch ganz passend. Am Wochenende sind die Teams in Oberstaufen gestartet, ohne Navi, aber mit einem gemeinsamen Ziel, Jordanien. Oberstaufen, Sonntagmorgen, halb acht. So viele bunte, verrückte und vollbepackte Autos gibt es hier nur einmal im Jahr. Und zwar zum Start der Allgäu-Orient-Rallye. Also die Autos müssen mindestens 20 Jahre alt sein. Und dürfen nur 1111 Euro kosten. Die Übernachtung darf nicht mehr wie 11,11 Euro kosten. Wir dürfen keine Autobahnen benutzen, keine Mautstraße und keine Straße, die irgendwas kostet. Und wir dürfen am Tag nur 666 Kilometer fahren. Und für mich war nichts übrig. Das Oberallgäuer Team Schlaglochschlucker ist eins von 52 und mit drei Autos bei der diesjährigen Allgäu-Orient-Rallye dabei. Aus einem Besuch beim Start der Rallye im letzten Jahr wurde ein Das-müssen-wir-auch-machen. Und so wurden Svenja und Jürgen mit vier weiteren Freunden zum Team Schlaglochschlucker. Juli war ja die Anmeldung um 3.33 Uhr. Und um 3.34 Uhr waren wir dann dabei im Team 22. Und dann haben wir eigentlich schon angefangen, die Autos zu suchen. Weil die kriegt man halt nicht so schnell irgendwo her. Und da sind wir tausende Kilometer gefahren, um diese Autos zu finden. Und das haben wir ja dann auch. Und eigentlich seit wir sie haben, schrauben wir da dran rum. Ja, genau. Also teilweise war die wirklich schott. Es hat sehr viel nicht funktioniert. Es war sehr viel undicht. Aber okay, wir haben alles so weit auf drei gekriegt. Wochenende für Wochenende. Aber es hat auch Spaß gemacht im Team. Das schweißt schon zusammen. Doch nicht alle Teilnehmer hatten so viel Spaß bei der Vorbereitung. Und eher Bedenken wegen der aktuellen politischen Situation im Orient. Deswegen sind auch einige Teams abgesprungen. Sodass es in diesem Jahr statt 300 Autos nur 110 und drei Motorräder sind. Veranstalter und OK-Chef Wilfried Gär ist stolz auf die mutigen Verbliebenen. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es mit so wenigen Teilnehmern ist. Hoffentlich wird die politische Situation besser. Hoffentlich können wir auch ein bisschen mit dieser Relle was dazu beitragen, dass die Leute mehr zusammenkommen und dass endlich mit diesen Streitereien auf der Welt aufgehört werden. Und so starten auch die Schlaglochschlucker. Angst haben wir eigentlich keine, weil das OK-Team sagt auch, wir schauen auf eure Sicherheit. Und in Deutschland kann auch überall was passieren. Das hat man ja gesehen in Berlin. Und von dem her, wir sind da eigentlich ganz positiv. Genau. Kurdengebiete werden gemieden, Kriegsgebiete sowieso. Syrien wird umschifft, beziehungsweise überflogen. Wir fliegen, die Fahrzeuge werden übers Meer nach Israel geschifft. Und da nehmen wir sie wieder in Empfang in Haifa. Bevor die Teams hier über die Rampe ihrem Abenteuer und zahlreichen Sonderaufgaben entgegenfahren, wurde die Rallye noch gesegnet. Dabei waren neben christlichen Vertretern auch die Vertreter von Judentum und Islam dabei. Und dann rollen die ersten Autos über die Rampe. Darunter nicht nur Allgäuer. Besonders stolz sind wir, dass wir jetzt diesmal zwei Teams aus Israel dabei haben. Wir haben jordanische Teams dabei. Und wir haben also insgesamt Teilnehmer aus elf Ländern. Und das ist ja schon mal was. Und dann geht es auch für das Team Schlaglochschlucker los mit dem wohl letzten automobilen Abenteuer der Welt. Sind sie die ersten am Ziel, wartet auf sie übrigens ein Kamel. Er ist so typisch für Lindenberg wie für Paris der Eiffelturm. Der Hut. Und weil die Lindenberger auf ihn und die damit verbundene Stadtgeschichte mindestens genauso stolz sind wie die Pariser auf ihren Eiffelturm, veranstaltet die Stadt jedes Jahr einen Hut-Tag. Was bei diesem Hut-Tag so los war und wo man wortwörtlich auf der Hut sein musste, zeigen wir Ihnen jetzt. Sie wurden in Lindenberg schon zur Hutkönigin gewählt. Was macht denn ein Hut aus? Ein Hut macht einfach ja Mode, Spaß, Freude. Wut soll einfach Spaß machen. Ja, den habe ich schon sehr lange und der ist ein ganz klassischer in Schwarz, den man einfach zu allem anziehen kann. Haben Sie schon einen Anlass für dieses Stück? Ja, zum Beispiel Geburtstagsparty meines Mannes wäre zum Beispiel sowas. Oder wir gehen einen Tag davor in die Semperoper, da ist das natürlich auch angebracht. Man kann am Hut auch immer gleich erkennen, wie sind sie unterwegs. Ja, ist es mehr liché, sportlich, elegant. Sie als Mann, Hut muss mit? Im schlechten Wetter immer. Und auch bei gutem Wetter? Da habe ich den Strohhut auf. Ich finde, mit dem Hut ist man dann einfach komplett angezogen. Gestern drehte sich in Lindenberg bereits zum 18. Mal alles um den Hut. Am Hut-Tag feiert die Stadt nämlich jedes Jahr ihr Wahrzeichen mit viel Programm und Aktionen in der Innenstadt. Verantwortlich für dieses Programm ist Sascha Schmid, der für den Anlass passend gekleidet unterwegs ist. Mein Hut ist eigentlich eher, ich warte nur auf die Sonnenstunden heute, das ist in Panama. Und das ist eigentlich ein toller Sommer- und Frühjahrshut und schützt einfach auch in dem Fall jetzt heute ein bisschen vor Regen, aber im Normalfall eben vor Sonne. Und ich mag den Hut einfach, weil er sehr luftig und sehr gut zu tragen ist. Wie ein solcher oder andere Hüte entstehen, wurde im Hutmuseum beantwortet. Verschiedene Modelle zur Auswahl hatte man auf dem Hutmarkt, ein paar Stockwerke darüber oder vor dem Museum. Für gute Laune trotz des Regens sorgten Bands, die auf verschiedenen Bühnen verteilt spielten. Oder aber dieser Herr. Das ist einfach eine sehr spezielle Veranstaltung, die einfach auch Fans von weit, weit her anzieht. Und das ist auch toll. Also wir hatten vor zwei Jahren die schönste Hutträgerin, die aus Sachsen extra für die Veranstaltung angereist ist. Und wir haben auf diesem Hutmarkt eben auch wieder aus dem ganzen deutschsprachigen Raum ganz tolle Modisten, also Hutmacher, Hutmacherinnen und Aussteller und Händler. Jemand, der nicht direkt mit Hüten, aber mit Behüten zu tun hat, hatte gestern auch einen Grund zu feiern. Der Kinderschutzbund Ortsverband Lindenberg-Westallgäu wird in diesem Jahr nämlich 40 Jahre alt und hat deswegen neben vielen Infos eine Bastelaktion vor dem Hutmuseum vorbereitet. Also wir sind immer für die Familien da. Das heißt also, ob das jetzt Familienberatung ist, Elternkurse, Basteln, Spielgruppen, alles was den Familien wichtig ist, da gucken wir, dass wir das passende Angebot dazu haben. Was die aktuelle Mode im Programm hat, wurde dann in einer Hutmodenschau vor dem Rathaus präsentiert. Neben der Wahl zur schönsten Hutträgerin am späteren Nachmittag, war das das Highlight des 18. Huttages in Lindenberg. Vorhin haben wir ja schon über die Allgäu-Orient-Rallye berichtet. Jetzt haben wir noch eine Rallye für Sie. Die Oldtimer-Rallye Bodensee-Klassik. Schon zum sechsten Mal hat die dreitägige Rallye stattgefunden. Dieses Mal waren über 180 Teams dabei. Und für die ging es mit ihren Oldtimern durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. In Kempten haben die Teilnehmer ihre Mittagspause verbracht. Und wir waren mit der Kamera dabei. Mittagsläuten der Basilika in Kempten. Laute Motoren, teilweise schon antike Karossen und ganz viel Charme trudeln nach und nach am Hildegardplatz ein. Na ja, wir haben immer mal wieder unsere Karten, legen wir auf den Tisch, wo wir schon waren. Und in Kempten waren wir noch nicht. Die haben sich damals angeboten. Das hat aber aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, weil die hier ein anderes Stadtfest hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt in diesem Jahr, 2017, passt es ganz gut. Passt auch schön in unsere Tour, weil wir mal Strecken fahren, die wir noch nicht gefahren sind. Und so sind wir in Kempten gelandet. Hübsche alte Damen mit tollen Kurven sind dabei. Ganze 1490 Euro kostet die Teilnahme pro Team. Da fahren einfach Leute mit, die Autos toll finden, die Oldtimer toll finden und die, denen das Autofahren noch Spaß macht, ohne elektrische Fensterheber, ABS und Klimaanlage. Darunter zum Beispiel auch dieser VW-Wulli-Baujahr 1967, in dem der Schauspieler Fritz Kahl mitfährt. Die Gegend ist irrsich schön. Ja, es ist richtig toll. Also den See, Rauf, Fender, dann hier, Kempten, Memmingen. Tolle Gegend, man sieht sehr viel. Das ist ein bisschen anstrengend, keine Frage, weil es immer bergauf, bergab geht und mit diesen alten Autos, also das fordert schon. Man ist dann wirklich am Abend sehr geschlaucht, ja. Aber man sieht viel und das ist toll. Hier kommt gerade ein himmelblauer Traum aus längst vergessenen Zeiten. Unser Auto ist ein Reilly. Ein Reilly ist eine englische Sportwagenmarke. Das ist Baujahr 1934. Und noch eine Schönheit macht Mittagspause. Das ist ein Ford Taunus 17M P2, Baujahr 1960. Ein Jaguar XK 120 OTS, Open Two-Seater. Bei dieser Oldtimer-Rally kommt es übrigens nicht auf die Geschwindigkeit an. Wir haben zwar einen Zeitplan, wann irgendwann das erste Auto hier in Kempten sein muss. Aber unterwegs gibt es sogenannte Gleichmäßigkeitsprüfungen, beziehungsweise Sollzeitprüfungen. Mit anderen Worten, wir sagen, fahre 150 Meter in 23 Sekunden, was nicht wahnsinnig schnell ist, was wir auch gar nicht wollen. Sondern die 23 Sekunden müssen auf die hundertstel Sekunde genau eingehalten werden. Und das macht einfach den Sport aus. Also wer die geringste Abweichung hat von dem, was wir vorgeben, der gewinnt am Ende die Rallye. Nach der Mittagspause geht es für die blechernden Damen und Herren dann wieder weiter. Zurück über den Reet-Buy-Pass Richtung Bodensee. An Anlässen über Europa, beziehungsweise die EU zu reden, mangelt es in diesen Zeiten nicht. Hochaktuell sind vor allem der sogenannte Brexit, die Präsidentschaftswahl in Frankreich, aber auch die Unterzeichnung der römischen Verträge, also die Geburtsstunde Europas, die im März 60-Jähriges feierten. Ein eigentlich freudiger Geburtstag, der aber überschattet wird. Von Zweifeln und Ängsten und der Frage, wie geht es weiter mit der EU. In unserer Rubrik, drei Fragen an, haben wir Barbara Lochbihler mit diesen, wie auch Fragen zu unserer Heimat konfrontiert. Barbara Lochbihler, Europaabgeordnete der Grünen, hat in diesen Zeiten wohl nicht über Langeweile zu klagen. Hände schütteln hier, Umarmungen da. Aber es geht um mehr. Wie weiter mit Europa ist Lochbihlers große Frage, für deren Beantwortung sie momentan zu Diskussionsrunden lädt. So auch gestern Abend in Kempten. Ein Heimspiel, im wahrsten Sinne für die gebürtige Obergünsburgerin. Drei Fragen, die das Allgäu wie die gesamte EU beschäftigt, an Barbara Lochbihler. Emmanuel Macron konnte sich mit 66,1 Prozent gegen Marine Le Pen bei der französischen Präsidentschaftswahl durchsetzen. Das Ergebnis gilt als Ja der Franzosen zu einem pro-europäischen Kurs. Wie kommentieren Sie den Wahlausgang, Frau Lochbihler? Erleichterung, dass keine Rechtspopulistin gewonnen hat, die ja einen absoluten Anti-Europakurs gefahren hat. Und positiv, weil Macron gesagt hat, er will mehr für Europa tun. Er möchte das auch in Zusammenarbeit mit Deutschland tun. Und hierbei muss man ihn unterstützen. Es hilft aber auch nicht darüber hinweg, dass wir nach wie vor große Probleme innerhalb der Europäischen Union haben, die es nicht leicht machen, hier eine Lösung zu finden. Wir haben hohe Jugendarbeitslosigkeit. Wir haben viele Flüchtlinge, die wir solidarischer verteilen müssen. Und wir haben auch Themen wie Klimawandel, Umweltschutz, die wir als Europäische Union angehen müssen. Angesichts des sogenannten Brexits und einem immer stärker werdenden Rechtspopulismus in ganz Europa schüren sich Ängste und Zweifel gegenüber der Idee, EU werden lauter. Wie bedroht sehen Sie die Europäische Union? Wenn ich zurückschaue, dann haben wir in den letzten eineinhalb Jahren wirklich massive Angriffe auf das europäische Projekt gehabt. Und es war sehr schwierig zu sehen, wie es weitergeht. Die Gefahr, dass die Rechtsradikalen das europäische Projekt zerstören, die sehe ich weniger. Wir haben Erfolge gehabt in Österreich, dass sich ein Pro-Europäer durchgesetzt hat. Sehr schlechte Ergebnisse für die Rechtspopulisten und Europa-Gegner in den Niederlanden. Und mit dem Ausstieg der Großbritanniens aus der EU, das ist jetzt nicht alles rechtsradikal, aber sie haben auch mit sehr vielen Lügen dieses Referendum beeinflusst. Da sieht man ja jetzt schon langsam, dass dies sehr zum Nachteil ist der Bevölkerung in Großbritannien. Die AfD in Deutschland, auch sie konstant unter einem zweistelligen Ergebnis. Das heißt, es gibt keinen Durchmarsch der Rechten, aber es gibt auch keine Entwarnung. Weil sie vertreten ja, sagen wir mal, ein Gedankengut, das auf das Gegeneinander ist und nicht das Miteinander. Und die EU lebt aber davon, dass man miteinander arbeitet und gut zusammenarbeitet. Das Riedberger Horn ist ein Thema, das das Allgäu spaltet. Aktuell steht eine Änderung des Alpenplans bevor, damit der Bau einer Skischaukel genehmigt werden kann. Wie beurteilen Sie als Politikerin, aber auch als Allgäuerin das geplante Vorhaben der Staatsregierung? Also unser Riedberger Horn ist ja im Schutzgebiet See, das hat den stärksten Schutz. Und warum ist das so? Das hat man schon in den 50er Jahren so eingerichtet, dass es in den Alpen diese Schutz- und Ruheräume gibt für die Natur, aber auch für uns, die wir hier leben. Und jetzt ohne große Not herbeizuführen, wird jetzt diese Schutzzone kommerzialisiert mit, wie so nach außen immer gesagt wird, einem kleinen Stück Skilift. In der Folge wird es aber so aussehen, dass im Sommer das Riedberger Horn nicht mehr schön sein wird für uns zum Spazierengehen. Und wenn man sich anschaut, in Balderschwang hat man im Sommer so viele touristische Übernachtungen wie im Winter. Und möchte man sich denn das Geschäft kaputt machen damit? Ich glaube, man muss hier auch vernünftig sein und langfristig denken, weil das Allgäu soll erhalten werden und nicht kaputt gemacht werden. Und ich verstehe wirklich nicht, warum Politiker wie der Heimatminister Söder oder auch hier der Kreuzer von der CSU einfach da beide Augen zumachen und den Schaden, den man damit anrichtet, sowohl wirtschaftlich für die Natur, aber auch für unser Leben hier im Allgäu, dass man den kleinredet und nicht sieht. Und wenn man das nicht baut, diesen Skilift, bricht nicht die große Not aus oder die Touristen bleiben weg, sondern man kann sehr wohl hier den Tourismus ausbauen mit einer schönen und geschützten Landschaft. Eine Klose, eine Totale, Blende, ND-Filter und, und, und. Alles Begriffe, die im Alltag unserer Redaktion eigentlich täglich fallen. Außer Hobbyfilmer, Fotografen und Kollegen aus der Medienbranche werden die meisten mit diesen Begriffen aber nichts anfangen können. So ging es auch den Schülern des Kemptener Hildegardes-Gymnasiums. In einem Projektseminar wollten die Jugendlichen nämlich einen Film drehen und weil sie sich unsicher waren, was da alles dazu gehört, haben sie sich Hilfe geholt. Und zwar von uns. Was braucht man zum Drehen eines Films? Darsteller, Statisten, ein Regisseur, ein Kameramann und natürlich das nötige Fachwissen. Nicht nur, wie die Kamera selbst funktioniert, sondern was alles mit ihr möglich ist. Und genau dieses Wissen hat einer unserer Kameramänner, Julian Küpper, der 11. Klasse des Hildegardes-Gymnasiums in Kempten weitergegeben. Goldener Schnitt, sagt dir was? Das war so 3, 5 oder 3, 2, irgendwie sowas. Ja, genau. Also du kannst dir oft mal so ein Gitternetz anzeigen lassen, weil es auch für die Fotografie wichtig ist. Wenn ich dir das Bild mal so zeigen darf, das ist schon gar nicht so schlecht. Weil du hast die Perspektive einmal, weil hier rechts unten deine Protagonisten stehen und hier links oben die Statisten. Und du hast die Perspektive vom Gebäude. Aber erst einmal zurück zum Anfang. Was wird hier überhaupt gedreht? Wir bieten jedes Jahr für die 11. Klassen Projektseminare an, bei denen maximal 15 Schüler in einer Gruppe zusammenarbeiten und ein Projekt mit einem richtigen Produkt entwickeln. Und in unserem Fall ist dieses Produkt eben ein Film. Und das Ganze ist dann immer speziell fächerspezifisch. Und da ich Biologielehrerin bin, dachte mir, wir drehen jetzt mal einen Film zum Thema Verhaltensforschung. Weil im Bereich von Verhaltensforschungen sind die Filme uralt. Da gibt es Konrad Lorenz von 1900 irgendwas. Und das sind uralte Filme, die mir nicht so gefallen haben. Da dachte mir, wir bräuchten mal was ganz Neues. Wir wollen was machen, was moderner ist. Auch wenn ihre Lehrerin erst einmal an das Verhalten von Tieren dachte, die Schüler hatten etwas anderes im Sinn. Sie wollen das unterschiedliche Verhalten von Jungen und Mädchen in ähnlichen Situationen darstellen. Dafür wollen sie Szenen drehen, die ihre Protagonisten im Alltag zeigen. Wie eben hier in der Schule. Doch Film ist so viel mehr, als nur die Kamera auf ein paar Darsteller zu halten und Rekord zu drücken. Wenn du nochmal Richtung Eingang filmst und die Mädels stehen nochmal dort unten und laufen dann ins Gebäude. Und in dem Moment kommt der dritte hier raus. Dann hättest du einen Anschluss zu der Szene davor. Auch wenn es getrennte Filme sind. Wenn du es dir anguckst, schaust du erst, das ist mit den Mädels verhaltenstechnisch abgeschlossen. Dann schaust du dir den nächsten Film an und denkst dir, hey Moment mal, schau mal. Ach klar, da hinten stehen die noch und Ratschen haben wir ja im Film davor gesehen. Und dann kommt er von dort und sagt, hey hast du die neue gesehen? Nur dann musst du die Leute koordinieren, die hier stehen. Und du musst die Mädels koordiniert bekommen. Und du musst von dem Eingang mit ihm, der läuft, mitschwenken bis zu dieser neuen Szene hier. Das könntet ihr machen, wenn ihr das anspruchsvoll wollt und Bock drauf hättet. Doch jetzt geht es erst einmal um die Basics. Denn das heute Gelernte kann auf alle weitere Szenen die Folgen angewendet werden. Ja, die nächsten Schritte sind das Drehbuch noch ein bisschen anpassen. Also vor allem so Sachen wie Schauplätze, Kameraperspektiven und so. Das hatten wir jetzt bisher noch nicht. Das ist jetzt heute neu dazugekommen. Und ja, dann im Juli, glaube ich Ende Juli, so 22, 23, da haben wir so ein Filme-Wochenende, wo wir dann eben drehen. Und auch bei der Nachbesprechung des gedrehten Materials bleibt der Lerneffekt nicht aus. Warum haben wir das gemacht? Hat irgendjemand eine Idee dazu? Warum wir das Bild so gewählt haben? Ja, ihr dürft auch einfach quatschen. So weit sind wir noch nicht, dass ihr euch melden müsst bei mir. Und wir hatten ja vorhin gerade gesagt, irgendwo interessieren uns doch am meisten die Gesichter. Und wir sind zwar im zweiten Bild ja schon ein Stück näher gekommen an die Mädels. Und trotzdem ist natürlich das Bild immer noch interessanter, weil ich die Gesichter noch viel besser sehen kann. Drehorte, Story, Text und Schnitt. Alles sollte am Ende zusammenpassen. Wir sind jedenfalls gespannt auf das Ergebnis. Bald ist es wieder soweit. Wenn es im ganzen Allgäu nach frisch gemähtem Gras riecht, die Traktoren über die Wiesen brummen und die Bauern ihr Heu machen, ja dann ist Mähsaison. Klar, das gehört zum Allgäu und zur Landwirtschaft hier einfach dazu. Doch die Mähwerke können auch gefährlich werden, und zwar für Tiere. Oft hört man ja vom Tod durch Mähwerke, denen vor allem Rehe erleiden. Einige Althusrieder Kinder wollen das aber künftig verhindern. Wie genau, das erzählt ihnen Matthew Schene Schön. Noch können die Bauern das mit der Mähsaison vergessen. Der Regen, das nasse Gras und der feuchte Boden lassen die Traktoren und Mähwerke noch ein Weilchen in den Garagen und Schuppen warten. Trotz des Schmuddelwetters war hier am Ortsrand von Althusried aber einiges los. Zum Wohle der Tiere. Nein, nicht ihm hier, sondern zum Schutz junger Rehe. Kids for Kids heißt die Aktion und soll Rehe vor dem Mähtot bewahren. Denn Mähsaison ist gleichzeitig die kritischste Zeit für Klein Bambi. Ja, das ist so, dass die Rehgeisen zur selben Zeit, also im Frühjahr, ihre Kitze ins hohe Gras setzen, wie der Bauer seinen ersten Schnitt mäht. Also es trifft nicht jedes Jahr genau gleich zusammen, manchmal trifft es auch nicht zusammen, aber so ungefähr ist es genau die gleiche Zeit. Und damit kommen wir zu diesen sogenannten Rehscheuchen. Die sollen künftig den Tod durch Mähwerk verhindern. Ähnlich wie Vogelscheuchen sollen sie die Tiere vom Feld fernhalten. Aber natürlich nicht zum Schutz der Wiese, sondern zum Schutz der Tiere. Denn jedes Jahr sterben allein im Allgäu zig Rehkitze durch das Mähwerk. Das natürliche Verhalten eines Rehkitzes vor Gefahr, zwar vor anderen Gefahren, nämlich vor wilden Türen schützt. Die Rehkitze drücken sich ganz fest an den Boden hin, sie sind auch geruchsfrei. Das schützt vor wilden Tieren, aber nicht vor Mähwerk. Da wäre natürlich ein Fluchtverhalten geschickter, das ist aber nicht so. Und deswegen passiert es immer mal wieder, dass ein Bauer natürlich ohne Absicht ein Rehkitz vermäht, weil er es nicht rechtzeitig entdeckt. Die Grundschüler und Kindergartenkinder aus Altersried haben sich ganz viel Mühe gegeben, die Scheuchen so auffällig wie möglich zu gestalten. Denn je mehr Glitzerglitzer und je mehr Silber, desto eher holt die Rehmama ihr Junges aus dem Feld. Damit der Bauer die Rehe nicht übermäht und davor haben die dann Angst und dann holt die Rehmama ihr Rehkitze aus dem Feld. Ursprünglich kommt die Idee mit den Rehscheuchen aus Unterfranken. Von dort aus hat sie ihren Weg bis ins Oberallgäu gefunden. Kommt sehr gut an, bei Bauern, Jägern und den Kindern. Bevor man auf die Idee mit den Aufstellern gekommen ist, waren die Chancen sehr gering, ein Rehkitze im Gras vor dem Mähtod zu retten, wie uns Jägerin Bärbel Morzart erzählt. Bislang habe ich auch versucht, dass man einfach gesagt hat, wenn der Bauer angerufen hat, die Jäger laufen oft mit Hunden raus. Was eine richtige Gefahr ist, auch der Hund riecht sie nicht. Die Rehkitze haben die ersten zehn Tage keinen Geruch, sondern sie ducken sich. Das ist halt eine Glückssache, wenn man dann eben darauf hinstoßt. Dann hat man wirklich versucht, einfach durchzulaufen. Andere Chancen haben wir keine gehabt. Also gibt es nun eine Lösung von Kids für Kids. Die Scheuchen haben aber offenbar nicht nur bei Rehen eine eindrucksvolle Wirkung hinterlassen. Umso besser. Das Allgäu, weil ich hier die Werkstatt habe, weil ich hier aufgewachsen bin und hier passt einfach alles. Mir gefällt Allgäu aus dem gleichen Grund. Ich habe hier meine Werkstatt, ich lebe hier sehr gern. Und man hat einfach den Platz und die Weite, um zu arbeiten und die Inspirationen von der Natur. Allgäu-TV. Wir sind das Allgäu. Allgäu-TV in HD. Informationen unter allgäu-tv.de Erleben Sie Kempten wie vor 2000 Jahren. Folgen Sie den Spuren der Römer. Archäologischer Park Cambodunum. Geschichte zum Anfassen. Immer mehr Informationen. Immer mehr kommentiert. Meinungen gibt es genug. Ich will eine Berichterstattung, die alle Seiten betrachtet. Weil nur ganzes Wissen meinen Blick erweitert. Jedes Wort wert. Die Allgäuer Zeitung. Mein Allgäu. Meine Heimat. Meine Zeitung. Waffenbär. Das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Reinhard Heidel. Küche und Wohnen im Herzen von Marktoberdorf. Hier ist die Heimat von echten Spezialisten für alle Fragen rund um Küche, Küchenplanung und Esszimmer. Im Mittelpunkt steht dabei immer die Zufriedenheit des Kunden. Millimetergenau kann man hier alles planen, angefangen beim Grundriss bis hin zur Form und Material der Schubladengriffe. Wir sind sehr flexibel. Bei uns steht der Kundenwunsch im Vordergrund. Bei uns heißt es, wir haben nur einen Ansprechpartner, das heißt eine Grundplanung, Erstgespräch vom Kunden, über die Planung, Muster aussuchen, Angebotbesprechung, Montage, Service. Das ist nur ein Ansprechpartner zuständig. Der Vorteil ist, dass beispielsweise bei Küchenrenovierungen alles straff und von einer Hand organisiert werden kann. So kann die Familie schnell wieder selbst im Trautenheim kochen. Rund um Herd und Küche gibt es individuell abgestimmte, intelligente Detaillösungen. Eine in der Kochstelle integrierte Dunstabzugshaube oder besonders hygienische, kantenfrei eingebaute Kochfelder sind nur ein paar dieser Möglichkeiten. Neben solch praktischen Lösungen kümmert man sich bei Heidel aber auch um das richtige Design. Denn in vielen Häusern versammelt sich die Familie regelmäßig zum Kochen und Essen in der Küche. Schön, wenn man das dann in der passenden, gediegenen Atmosphäre tun kann. Die richtige Beratung dazu gibt es bei Heidel, Küche und Wohnen. Es ist ein absolutes Rätsel, das aller Wahrscheinlichkeit nach auch ungelöst bleibt. Die Blasen der B16. Vor fast genau einem Jahr haben wir über diese kleinen Asphalthügel berichtet. Das Mysteriöse, bis heute kommen sie immer wieder und keiner kann sich erklären, warum. Ganz nach dem Motto, außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen, war die B16 zwischen Kaufbeuren und Biesenhofen drei Tage lang gesperrt. Denn die Blasen samt der eigentlich niegelnagelneuen Straße wurden rausgerissen. Biesenhofen Richtung Kaufbeuren. Aktuell leider nicht möglich. Für drei Tage heißt es, statt den sechs Kilometer kurzen Weg nach Kaufbeuren bitte der Umleitung folgen. Auch wenn das einige Fahrer trotz Absperrung nicht wahrhaben wollen. Aber schon nach wenigen Metern ist Schluss mit der Straße. Rund sind, ja, immer noch die Asphaltblasen der B16. Seit mittlerweile Jahren stellen sie die Behörden und Wissenschaftler vor ein großes Rätsel. Ich würde Ihnen gerne erklären, was es mit den Blasen auf sich hat. Wir sind nur leider auch mit wissenschaftlicher Unterstützung der Technischen Universität München nicht drauf gekommen, worauf diese Blasenbildung, dieses Phänomen zurückzuführen ist. Gewiss ist nur, dass die Straße eigentlich komplett neu war, sich dann aber unregelmäßig wölbte, ohne dass man eine Erklärung dafür fand. Gefährlich war dies für Autofahrer zwar nicht, für Motorradfahrer aber sehr wohl. Darum mussten diese hier ihr Tempo entsprechend anpassen. Nach über einem Jahr forschen, überlegen und grübeln, dann der drastische Entschluss. Wir haben uns heuer im Frühjahr, nachdem die Blasen wieder erwarten und erstaunlicherweise auch in der kühlen Jahreszeit sich nachgebildet haben, entschieden, die Decke rauszufräsen und sind gerade dabei, eine neue Decke einzubauen. Die nur wenige Jahre alte Teerstraße kommt also weg. In der Hoffnung, dass ein neuer Straßenbelag keine Blasen mehr werft. Rund 120.000 Euro zusätzliche Kosten, für die, ja wer eigentlich verantwortlich gemacht wird? Da muss man konstatieren, dass die Baufirma vertragsgerecht gebaut hat. Wir unser Regelwerk überprüft haben. Es ist alles in Ordnung gewesen, nach dem Papier. Die Blasen hatten wir zwar nicht bestellt, aber wir konnten die Ursache nicht finden. Die Firma war damit hier aus der Haftung entlassen. Wir haben nicht zuletzt einen gemeinsamen Weg mit der Firma gefunden, hier einvernehmlich eine Lösung herbeizuführen. Immerhin, denn die Blasen haben ohnehin schon für genug Unannehmlichkeiten gesorgt. Bleibt nur zu hoffen, dass die Blasen mit neuer Asphaltierung endgültig, sagen wir mal, geplatzt sind. Wer unseren Kollegen Jonas Strobel kennt, der weiß, wie gerne er Volleyball spielt. Und genau deswegen haben wir ihn als Reporter zum Treffen mit Lenka Dürr geschickt. Lenka Dürr, Sie kennen sie bestimmt, Profi-Volleyballerin und gebürtige Allgäuerin. Im Gespräch mit Jonas Strobel erzählt sie über ihr Leben als Profi und ihren Werdegang. Doch bei dem Treffen wird nicht nur gequatscht, sportlich wird's auch noch. Wenn man die 1,70 Meter große bzw. kleine Lenka Dürr so neben mir sieht, vermutet man nicht gerade, dass sie Volleyball-Profi ist. Doch die gebürtige Allgäuerin ist schon viele Jahre in diesem Sport erfolgreich. Als Junioren wurde sie Europa- und sogar Weltmeisterin. Außerdem zweimal Vize-Europameisterin mit der A-Nationalmannschaft, um nur ein paar ihrer Titel zu nennen. Ihr jüngster Erfolg liegt gerade mal zwei Wochen zurück. Mit ihrem Verein, dem Schweriner SC, ist sie deutsche Meisterin geworden. Grund genug, mich mit der 26-Jährigen zu treffen. Lenka, erstmal herzlichen Glückwunsch zum dritten Meistertitel, oder? Richtig, ja, genau. Ist das irgendwas anderes jetzt für dich? Du hast ja schon zwei, oder? Ja, 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 ist schon anders. Erstmal sind die beiden Ersten schon allein ganz schön lang her, 2008, 2010. War eine riesenaufregende Erfahrung für mich. Und jetzt allerdings auch, weil ich eine ganz andere Rolle hatte, also viel mehr Verantwortung. Ich war eigentlich der Kapitän der Mannschaft, jetzt auf dem Protokoll und im Spielfeld geht es natürlich nicht durch die Wechseleien. Aber, ja, war eine ganz andere Rolle. Ich hatte einen ganz anderen Status. Konnte, ja, glaube ich, auch ein ganz anderes Spiel von mir selber zeigen, weil es einfach schon Jahre her ist und in der Zeit viel passiert ist. Bei unserem Treffen wird natürlich nicht nur geredet, sondern auch gesportelt. Dafür geht's für uns in die Turnhalle nach Mauerstetten. Und weil man als Volleyball-Profi körperlich ziemlich fit sein muss, beginnen wir mit Krafttraining. Und das dann in der Regel auch zehn bis zwölf Mal. Und je nachdem, wie man den Winkel dann verändert, wird es schwerer. Also je weiter ich an den Auffangpunkt der Schlinge gehe, wird es schwerer. Und je gerade ich natürlich... Dann versuche ich jetzt mein Glück. Aber da wir ja viel, oder ich vor allem auch viel, so nur stehe im Volleyball, brauche ich hier diese Partie, dass ich auch schön dagegen arbeite. Man braucht immer diesen Gegenpart auch, ne? Also jetzt war es so. Gut, genau. Also wir starten so, wir öffnen uns und nach oben und wieder zurück und nach vorne. Genau. Perfekt. Wie ein Einsedle. Das war zu leicht. Das merke ich schon. Okay. Deswegen gehen wir beide an den Ball, weil es soll ja um Volleyball gehen und nicht ums Krafttraining. Also schnappen wir uns den Ball. Auf geht's. Dann geht's los. Mal gucken, ob du spielen kannst. Mal gucken, ob du spielen kannst. Dann bin ich auch gespannt. Ja, das sieht doch schon gut aus. Das ist einer vom Fach. Ja, das stimmt allerdings. Das ist so meine erste Spielstätte gewesen. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Was fasziniert dich denn an dem Sport Volleyball? Man hat ja für jede Berührung super wenig Zeit. Es gibt viele verschiedene Techniken und eben auch im Spiel gibt es bei jedem Spielzug einfach einen Punkt, ohne dass man jetzt auf Zeit spielt. Und ja, das kann halt echt super spannend werden. So, jetzt haben wir genug gespielt. Jetzt wird's ernst. Ich fordere dich nämlich zu ein paar kleinen Challenges raus. Ich bin quasi genauso gut wie die deutsche Meisterin. Traust du dich? Logisch. Was soll ich auch anders sagen, ja? Nee, mach mal. Dann seid gespannt. Alles klar. Was das für dramatische Aufgaben sind und mehr Infos über die Profi-Volleyballerin Lenka Durr, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von Allgäu TV Spezial. Es ist eine unendliche Geschichte und sie zählt zu den Geschichten, über die wir bei Allgäu TV mit am häufigsten berichtet haben. Sie ist also zu vergleichen mit dem großen Loch in Kempten, der Therme in Lindau und nicht zu vergessen der Elektrifizierung der Bahnstrecke München-Lindau. Die Rede ist vom Foretle in Kaufbeuren. Aber im Gegensatz zu den anderen tut sich was beim Foretle. Bei dieser unendlichen Geschichte ist also langsam ein Ende abzusehen. Bürgerbegehren dagegen hat es gegeben, endlose Diskussionen hat es gegeben. Soll auf diesem Gelände im Herzen Kaufbeurens ein Einkaufszentrum entstehen oder Wohnungen oder nichts von beidem? Durchgesetzt hat sich letztendlich das Foretle-Center, ein sogenanntes Fachmarktzentrum. Und sie sind gut dabei. Dank Fertigbauweise nimmt der Bau schnell Formen an. Vor ziemlich genau sechs Wochen stand hier noch nichts. Fertigbauweise heißt, die Betonelemente werden von einem Kaufbeurer Bauunternehmen gefertigt und dann hier aufgestellt. Wenn das Foretle-Center fertig ist, werden die Arbeiter hier fast 500 Betonelemente verbaut haben. Nur die Fundamente wurden vor Ort gegossen. Also man hat entweder den Bau, man macht es vor Ort oder man macht es in Fertigteilen. Und je nachdem, wie das Gebäude aussieht, kann man sich danach richten. Also nicht jedes Gebäude kann man in Fertigteilen machen. Aber wenn es so geht, so wie in diesem Fall, geht es schon. Und da haben wir uns auch so weit wie möglich dahin gesteuert, dass wir so viel wie möglich in Fertigteilen machen können, damit wir auch einfach Zeit gewinnen während der Montage. In der Rohbaufase arbeiten hier 20 bis 30 Leute. Während an diesem Tag noch die letzten Betonteile verbaut werden, kümmern sich die Arbeiter schon um Trennwände oder bereiten die Bedachung vor. In den nächsten Tagen und Wochen wird noch an der Fassade gearbeitet, das Dach geschlossen und Türen und Fenster montiert, sodass in rund zehn Wochen der Innenausbau beginnen kann. Der Innenausbau dauert natürlich entsprechend länger. Also der eine Mietbereich hat mehr Ansprüche und mehrere Sachen, die gebaut werden müssen, dann die anderen. Aber im Schnitt kann man das eigentlich auch nicht vergleichen mit dem Rohbau, der Innenausbau. Das dauert immer länger. Vom anfänglichen Ärger über das Furetle-Projekt haben zumindest die Bauherren bisher nichts mitbekommen. Die Leute, die man hier in Kaufbeuren meistens anspricht, oder man spricht diesen meistens ganz positiv, weil auch was da war, war natürlich auch alt, um es mal so zu sagen. Also wir sehen es aus den Verbesserungen und die meisten Personen, die hier auch aus der Umgebung spricht, die sehen das genauso. Ein festes Datum, wann das Einkaufszentrum seine Türen öffnet, gibt es noch nicht. Aber Bestrebungen von allen Seiten, dass das wohl im Frühjahr nächsten Jahres passieren soll. Wenn man durch einen Autobahntunnel fährt, denkt man erstmal nicht, dass der technisch ziemlich komplex ist. Aber Kameras überwachen jeden Zentimeter der Fahrbahn, Strömungssensoren messen den Wind im Tunnel und regeln die Belüftung. Rauch- und Brandmelder checken ständig, ob nicht irgendwo ein Feuer entsteht und ein kilometerlanges Netz an Abwasserrohren sorgt für die Entwässerung des Tunnels. Und das alles muss natürlich auch gewartet werden. In Füssen passiert das alle sechs Monate. In dieser Woche war es wieder soweit. Andreas Schneider war mit der Kamera dabei. Der Grenztunnel Füssen ist wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Es ist eine komische Atmosphäre in der rund 1,3 Kilometer langen Röhre, die Deutschland und Österreich verbindet. Die Geräusche der vielen Maschinen überlagern sich zu einem ohrenbetäubenden Lärm. Und ein kalter Luftzug zieht durch den Tunnel. Wo normalerweise 15.000 Autos am Tag fahren, wird jetzt gearbeitet. Im Tunnel werden heute die ganzen Entwässerungsleitungen oder ein Teil davon, weil der Rest erfolgt ja dann vielleicht die kommende Nacht, je nachdem wie weit wir kommen, wird die ganzen Entwässerungsleitungen gereinigt, gespült. Dann werden die Wände gereinigt, die Beleuchtungen werden gereinigt. Dann werden die ganzen Fluchttüren und die Notrufnischen und so weiter, die werden alle geprüft, ob sie funktionstüchtig sind und so weiter. Was der Autobahndirektion am meisten zu schaffen macht, ist die Entwässerung des Tunnels. Ein Großteil des Wassers, was durch die Rohre unter der Fahrbahn fließt, sickert von oben durch den Fels und wird hier abgeleitet. Der hohe Kalkgehalt würde innerhalb weniger Jahre die Rohre verstopfen, ähnlich wie bei einer Spülmaschine. Bei der Spülmaschine, da tun wir ja Salz rein, damit dieses pH-Wert neutralisiert wird. Und genau das Ähnliche machen wir hier aber auch. Auch wir haben hier sogenannte Tabletten, die in so Säcke abgefüllt sind. Und die legen wir dann in diese Entwässerungsleitungen rein und die neutralisieren dann dieses kalkhaltige Wasser. Doch durch die Abflüsse ist auch jede Menge Dreck von der Straße in das Abwassersystem gekommen. Rohrreinigungsfahrzeuge spülen mit Hochdruck die Leitungen durch. Erst dann kommen die neuen Entkalkungstabletten in das Abwassersystem. Zeitgleich überprüft ein Ingenieurbüro die Tunnelsegmente auf Risse. Möglichst viel soll in dieser Nacht erledigt werden, damit der Verkehr für das nächste halbe Jahr ungehindert fließen kann. Doch alles ist dann doch nicht möglich. Deswegen war erst letzte Woche der Tunnel gesperrt. Da fanden eine Beschichtung statt. Also die Seitenwände des Tunnels wurden neu beschichtet mit einer Art Farbe. Genau. Und das hat Hintergrund gehabt, damit, sagen wir mal, das Salz und das, was wir im Winter ja hier eintragen, oder beziehungsweise auch die Abgase, dass die den Beton und auch die Bewährung, wo da drinnen ist, nicht dementsprechend angreifen. So ein Tunnel will eben gepflegt werden. Deswegen heißt es auch heute Nacht. Es liegt eine Verkehrsstörung vor. Kreuzottern, seltene Libellen, viel Wasser und feuchtes Moos. Wann waren sie eigentlich zuletzt im Moor? Noch nie oder schon lange her? Naja, den Moorgebieten eilt meistens eh ein schlechter Ruf voraus. Es ist dreckig, sumpfig und öde, heißt es oft. Mein Kollege Matthew Schene-Schön dachte sich das eigentlich auch. Als er aber jetzt zum ersten Mal in die Ostallgäuer Moore gegangen ist, hat er einiges gelernt. Nur so viel vorab, die Moore sind gefährdet, aber ungemein wichtig. Warum? Sehen Sie selbst. Im Sulzschneider Moor zwischen Rosshauptenseek und Buchach treffen wir auch die Allgäuer Moorallianz. In Person von Biologe Dr. Ulrich Weiland. Ebenfalls auf unserer kleinen Moorexpedition dabei ist der Jäger und Naturschützer Johann Reitberger aus Pfronten. Moorexperte Ulrich Weiland arbeitet für die Moorallianz. Und eine seiner Hauptaufgaben ist es derzeit, das Moor wieder nass zu machen. Richtig, denn in den vergangenen Jahrzehnten wurden die Moorgebiete in großem Stile ausgetrocknet. Schuld ist, wie so oft, der Mensch. Da stehen einfach verschiedene Nutzungsarten dahinter. Zum Beispiel Grünlandnutzung, die ist ganz traditionell die Streuwiesen. Um die bewirtschaften zu können, nähen, das Mähgut abfahren, hat man die halt leicht entwässert. Früher nur Spatentiefe sozusagen und mit fortschreitender Technik hat man da natürlich ausgeklügelte Systeme entwickelt. Und genauso der Torfabbau, weiter drin im Moor, im Hochmoor. Für den hat man natürlich auch erst vorentwässert, um an die Flächen hinzukommen, um das Wasser abzuleiten. Einfach nutzungsbedingt. Also kann man sagen, im Endeffekt der Mensch hat dem Moor schon zugesetzt? Ja, natürlich. Wir sind ja in einer alten Kulturlandschaft, sagen wir mal. Wirkliche Urzustände sind hier sehr selten oder nur noch sehr kleinflächig. Und jede Generation hat halt ihre Versuche unternommen, irgendwie auch dem Moor nur einen Nutzen abzuringen. Und was er alles versucht hat, der Mensch. Da wir uns auf Forstgebiet der Bayerischen Staatsregierung befinden, ist auch noch Revierleiter Jürgen Sander zu uns gestoßen. Gemeinsam machen wir uns auf den Weg ins Moor hinein. Denn dort kann man genau sehen, was der Mensch in der Vergangenheit angerichtet hat. Ganz besonders der Torfstich war ein Problem. Torf würde früher abgebaut und als Brennmaterial, ähnlich wie Kohle, genutzt. Um an den Torf aber ranzukommen, musste das Moor erst entwässert werden. Geblieben sind diese natürlichen Abflussrohre. Also wir stehen jetzt hier eigentlich an der Grenze zweier Torfstiche. Die waren durch so eine übrig gebliebene Torfrippe quasi gekammert. Da lief früher auch die Abfuhr des Torfs. Und diese etwas, diese leicht sichtbare Erhöhung hier ist jetzt quasi ein neu erstellter Damm. Bisher war das so, dass das Wasser hier über einen großen Entwässerungsgraben vom einen Torfstich durch den anderen aus dem Moor rausgelaufen ist. Und das war jetzt natürlich eine sehr günstige Struktur auch, um einen Damm zu erstellen und das Wasser in diesem Torfstich anzustauen. Den Wasserspiegel so anzuheben, dass wir eben diese Regeneration fördern können. Wie gesagt, der Wasserspiegel wurde so sorgfältig eingestellt, dass man die Regenerationsansätze im Torfstich auch erhalten konnte. Also nicht alles abgesoffen ist. Und man hat das hier schon eine sehr schöne Regeneration am Laufen. Hier findet quasi schon wieder Torfbildung statt. Und der Torfstich regeneriert sich jetzt auf etwas höherem Niveau wieder. Und die Wunde, die durch den Torfstich quasi im Moor geschlagen wurde, die kann sich damit auch heilen. Diese Wundheilung übernimmt zum Großteil eben die Allgäuer Moorallianz. Dahinter steckt viel Arbeit und vor allem Geld. Viel Geld. Rund 8,4 Millionen Euro, um genau zu sein. Woher das Geld kommt und was damit passiert, ist das eine. Welche ersten Erfolge die Allgäuer Moorallianz bereits vorweisen kann, das andere. Es gibt aber auch noch viele Baustellen im Moor. Mehr dazu erfahren Sie ab heute Abend in der neuesten Ausgabe unseres Landkreismagazins aus dem Ostallgäu und Kaufbeurin. Das neue Monatsmagazin über alles, was unser Allgäu so besonders macht. Jeden Monat zu einem aktuellen Thema rund um Heimat, Tradition, Brauchtum und Mundart. Unser Allgäu. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leid. Die denken sich lieber mehr als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büble Bier. Unserem Bier. Allgäuer Büble Bier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Verhältlich in allen Service-Centern der Allgäuer Zeitung. Unter grirsti.de slash shop oder unter 0831 206190. grirsti.de, meine Heimat online. Weil eine kleine Überraschung viel Freude macht. Weil Wertschätzung verbindet. Weil Verlässlichkeit Vertrauen schafft. Bringen wir mehr. Aus Überzeugung. Präge. Wir verstehen Energie. Das Größte für die Kleinsten gibt's bei der Babywelt in Gersthofen. Europas größtem FEDES-Babyfachmarkt. Mit Baby- und Kinderzimmern, den besten Autokindersätzen, Kinderwagen, Buggys und vielem mehr. Die ganze Welt der Babys auf über 5000 Quadratmetern. Einfach riesig. Und einfach zu finden. Im Herripark Gersthofen. Direkt an der A8 und der B2. Mit riesigem, kostenlosen Parkplatz. Hier steht der Genuss an erster Stelle. Umfangreiche Tipps zu Beauty, Wellness, Erholung, Freizeit, Sport und Gesundheit. Das Magazin zum Wohlfühlen. Im Allgäu und am Bodensee. Aussichtsreich. Wo einst Leben gerettet wurden, liegt jetzt nur noch ein Trümmerhaufen. Zumindest fast. Das Marktoberdorfer Krankenhaus wurde am Freitag nach einer Lebenszeit von über 50 Jahren gesprengt. Doch das Gebäude zeigte sich ebenso hartnäckig wie die Proteste gegen die Schließung seiner Zeit. Zum Teil steht das Krankenhaus nämlich immer noch. Alles zu der explosiven Erschütterung, fallenden Fassaden und dem misslichen Malheur sehen Sie jetzt. Klar, eine Teilenttäuschung ist natürlich da. Aber ich kann nicht alles wissen sozusagen. Und dass man jetzt hier die Bausubstanz so hat, dass es nicht mitzieht, das Gebäude. Das war einfach nicht vorausbestimmt. Aber klar hätte ich mir gewünscht, dass das so wie der vordere Teil gekommen wäre. Und das halt nicht. Erklärungsversuche und enttäuschte Blicke statt einer erfolgreichen Explosion. Sprengmeister Olaf Feuer gibt sich tapfer, wenn auch sichtlich unzufrieden, nach der halbgeglückten Sprengung des Marktoberdorfer Krankenhauses. Aber von Anfang an, was ist eigentlich passiert? Gestern Nachmittag, 15 Uhr. Eine Stunde vor Sprengung des Marktoberdorfer Krankenhauses. Viele, hunderte Menschen versammeln sich rund um das Gebäude aus den 1960er Jahren. Letzte Fotos, Abschied nehmen. Von einem Gebäude, was für die meisten Marktoberdorfer viel mehr als nur ein Betonklotz ist. Mit dem Krankenhaus ist natürlich sehr, sehr viel, was das Leben betrifft, verbunden. Hier in dem Krankenhaus, da haben viele Bürger das Licht der Welt erblickt. Da haben auch viele Bürger ihre Augen für immer geschlossen. Das ist einfach für viele mit Hoffen, mit Bangen, mit wirklich sehr, sehr bewegenden Momenten verbunden. Und deswegen ist einfach ein Krankenhaus, ja, das ist mit dem Leben der Bevölkerung. Darum kämpfte die Ostallgäuer Kreistadt auch für das Krankenhaus, als der Verwaltungsrat der Kliniken Ostallgäu Kaufbeuren wegen Millionendefiziten im Klinikverbund 2013 die Schließung des Hauses beschloss. Also aus unserer Marktoberdorfer Sicht war das einfach ein, ja, es war ein brutaler Akt der Fremdsbestimmung. Dieses Krankenhaus wurde geschlossen, obwohl es eine relativ gute Belegung gehabt hat, eine gute Spezialisierung von der Bevölkerung gut angenommen wurde. Und es war dann am Schluss, das ging dann bis zu einem Bürgerentscheid, eindeutig für den Erhalt des Krankenhauses. Auch dieser wurde missachtet. Das hat natürlich in der Bevölkerung sehr viel Zorn erregt, ja, berechtigten Zorn natürlich. Doch den Kampf um das Gebäude verloren die Marktoberdorfer. Das bittere, wenn auch spektakuläre Ende, die gestrige Sprengung. Circa 80 Kilogramm Sprengstoff und 800 Zünder bringen das 20 Meter hohe Gebäude zum Einsturz. Aufgrund seines Eigengewichts von 22.000 Tonnen Beton und Mauer weg, kippt das Krankenhaus bei einer sogenannten Fallsprengung zur Seite in Richtung Hochwiesstraße. Doch dann, als sich die Staubwolken langsam verziehen, der Schock. Also wir haben gehofft, dass es auf einmal komplett umfällt. Leider ist ein Teil stehen geblieben. Haben wir so nicht einkalkuliert. Momentan ist die Sprengmannschaft, das Sprengteam dabei zu testen, zu schauen, sind alle Ladungen losgegangen. Sobald wir das wissen, wenn ein paar noch nicht losgegangen sind, besteht die Chance, nachzusprengen. Wird dann heute noch passieren. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss unter Umständen das Gelände abgeregelt bleiben und die Sprengung wird nochmal neu angelegt und zum späteren Zeitpunkt dann komplett gesprengt. Hektik macht sich breit. Zunächst bleiben alle Straßen gesperrt. Absoluter Stau. Es geht gar nichts mehr. Unruhe bei den Einsatzkräften und natürlich auch bei uns Journalisten. Was ist schiefgelaufen? Die Ursache war voraussichtlich die geringe Bewährung in den Decken, weil die sollten eben das Gebäude mitziehen und in dem Gebäudeteil sieht man die Bewährung also ganz wenig nur und aus dem Grund ist wahrscheinlich der hintere Teil nicht mitgekommen. Das liegt natürlich leider an der Bausubstanz, für die ich nichts kann. Wer für was etwas kann, das klärt sich wohl erst in der nächsten Zeit. Sofort muss aber festgestellt werden, ob der nicht zu Fall gegangene Abschnitt noch nachträglich einstürzen kann oder sich gar noch Blindgänger in ihm befinden. So wie wir es jetzt einschätzen, steht das Gebäude noch relativ stabil an der Stelle, aber es wird natürlich abgesperrt um das Gebäude herum und wird dann eben mit anderen Mitteln bearbeitet. Und wie sich kurz darauf herausstellte, mit anderen Mitteln bearbeiten heißt? Sprengen wird nicht mehr möglich sein, da ist es einfach zu unsicher. Womöglich mit einem langen Baggerarm, dass man da dran geht und den Rest zusammenreißt. Also genau das, was man mit der Sprengung eigentlich vermeiden wollte. Die Sprengung und das gesamte Drumherum haben übrigens knapp 120.000 Euro gekostet. Weitere Kosten werden nun wohl noch folgen. Aber es läuft eben nicht immer alles nach Plan. Und das einen Leid ist bekanntlich das anderen Freud. Ja, es ist heute gesprengt und zumindest teilweise zusammengestürzt. Es ist hartnäckig. Ich denke einfach, es ist ein düsteres Kapitel. Das haben wir im Markt überlebt und wir werden jetzt dort die Zukunft gestalten. Zukünftig soll das Areal, wenn es dann irgendwann mal krankenhausfrei ist, für Wohnraum genutzt werden. Aber zunächst bleibt wohl noch abzuwarten, wie lange der Krankenhausgeist hier noch sein Unwesen treibt. Es ist wieder soweit. Der Muttertag steht vor der Tür. Am Sonntag können Töchter und Söhne ihren Mamas wieder Danke sagen. Vielleicht haben sie auch schon etwas für diesen Tag geplant. Lecker essen gehen, einen Ausflug oder doch etwas ganz anderes. In Kaufbeuren gab es dafür auch ganz kreative Vorschläge. Dort haben wir uns nämlich mal in der Innenstadt umgehört, wie die Allgäuer dieses Jahr den Muttertag verbringen und was dabei so alles auf dem Geschenktisch liegt. Wie verbringen Sie denn den Muttertag am Sonntag? Das weiß ich noch nicht. Ich feiere Muttertag jetzt nicht so, weil es ist ein Tag wie jeder andere. Man kann auch mal an einem anderen Tag, finde ich, was Schönes der Mama schenken. Wie verbringen Sie denn den Muttertag? Mit meinem Kater. Mit meiner Mama. Und was gibt es für Geschenke? Bilder von meiner Schwester und mir. Ganz klassisch Blumen und Qualinen. Den Muttertag, da haben wir ein Familientreffen. Sind dann Ihre Kinder dabei? Nein, diesmal nicht. Geht nicht, aber Verwandte. Ich denke, wir machen einen Ausflug zum Skyline-Park oder sowas. Und was schenken Sie denn Ihrer Mutter zum Muttertag? Blumen, Gutschein. Für meine Mama habe ich was zum Einziehen gekauft und einen Gutschein. Und welches Muttertagsgeschenk geht denn gar nicht? Was wäre denn total daneben? Gutscheine, glaube ich, für irgendwas. Irgendwas für den Haushalt. Ich erwarte am Muttertag keine Geschenke, nichts, sondern ich möchte eigentlich das ganze Jahr, wie soll ich sagen, beachtet werden. Ich würde gerne Danke sagen, Mama, dass du so bist, wie du bist und du hast mir viel beigebracht. Genau. Und ich liebe dich. Das war der Wochenrückblick für diese Woche. Am Montag begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Tosca Maria Kühn. Ihnen noch ein schönes Wochenende und bis bald. Am Allgäu liebe ich die Tradition, die Trachten, den Ursprung und das Natürliche. Und ich setze mich aufs Fahrrad und bin im Urlaub. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Allgäu TV. Allgäu TV. Allgäu TV.